Du mit deinen süßen Emotes. Daum, 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 daum. Sind aber leider immer noch nicht alle drin. Daum, 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 daum. Das sind jetzt gerade alle, die ich habe. Aber es fehlen noch. Ich glaube, zwei fehlen noch. Genau. Ja, ich habe, ähm, ich muss mal gucken. Warte, ich muss mal kurz... Ja, ne, das reicht nicht mehr zum Raustamm. Ich zeig dir gleich mal alle, die ich habe. Au, mein Finger. Ja, ja, Hauptsache nach Raccoon City. Das war jetzt bestimmt Shanks. Wetten. Wetten. Die Sau, ey. Will mich quälen. Ich hasse Indoor-Maps so hart, ne? Oh, es geht. Ich mag es eigentlich schon ganz gerne. Ja, gut, in Raccoon City, da kennt man sich ja mittlerweile so ein bisschen vergessen rauszunehmen. Mhm. Ja, ja. Ja, in Raccoon City kennt man sich ja schon so ein bisschen was aus. So ein bisschen. Ich finde cool, dass sie es umgestaltet haben. Ja, finde ich auch. Das ist nicht mehr so riesig. Äh, ich finde, die ist jetzt größer, oder? Ne, die ist kleiner. Echt? Ja, finde ich schon. Und ich starte direkt den Engine. Mit der Fluxi. Mhm. Das kam zu schnell. Hast du Ding drin, dass es nicht explodiert? Ja, klar. Das ist einer meiner besten Skills. Was? Was? Ich bin gerade durch die durchgerannt, Alter. Es ist die Verkackte. Ich bin gerade durchgerannt. Alter. Sie ist natürlich hinter mir her, ne? Ist das Kind, das nicht gewollt hat. Äh, ne, 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 vergiss es. So dumm bin ich nicht. Leider. Ich hasse dieses Mistvieh, ey. Mann, ey, geh doch einfach in deinen scheiß Brunnen zurück. Ja, das war jetzt dumm. Hallo! Nein, geh weg! Ja, das war dumm. Lauf, Maxi, lauf! Danke für den Versuch! Scheint eine neue Samara-Killerin zu sein. Das ist Sadako. Die wusste jetzt nicht, wie sie die Palette kaputt macht. Ich komme gleich. Ja, die hängt noch bei mir rum. Okay. Hm. Ja, sie hat es auf Maxi abgesehen. Ja, ja. Wow, nur noch zwei Generatoren. Wir sind aber fix heute. Ja, Fluxi! Danke, dass du mir das dicke Ding rausgeholt hast. Würdest du gerne. Wenn du Killer bist, darfst du mich auch mal aufhängen. Ich werde niemals Killer sein. Ich sehe ja, an welchen Jen Shanks hängt. Ja, ich auch. Da hast du den Perk auch drin. Das ist von ihm ein Perk. Da ist sie schon wieder. Ich komme, Maxi! Kann mal jemand mich retten? Nein! Die hat die Dings weggemacht. Warum hab ich komisches Bild? Oh no. Die will mich. Die will mich hart. Junge. Boah, die will mich aber richtig, du. Ah nein. Ich lauf in der Sackkasse! Nein! Ja. Ich hasse die Frau. Das Mädchen. Du hässliches Kind. Habst jetzt schöne Haare. Ja. Dankeschön. Was? Nein! Nein! Wie bitte? Schön, dass ich nicht die Einzige bin, die geschreit bei der Alten. Dankeschön. Maxi. Ja, ich muss mich zuschauen, weil ich ihm Hilfe hatte. Warum? Warum? Das hast du ja die Runde auch super gemacht gehabt. Hast du ja auch wirklich super gemacht, Maxi. Ja. Maxi macht das super. Ja. Maxi macht das super. Übersteht sich wirklich. Also sehr, 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 sehr gut. Muss man nicht sagen. Mhm. Und das sagt er, er ist nicht so gut, ne? Naja. Boah, dieses hässliche Kind. Es ist einfach überall. Ja. 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 Ich finde, Maxi macht das schon besser als ich. Und das ist keine Kunst. Pff. Wer ist mir aktuell irgendwelche Vorlassung gegeben? Naja, dass ich wirklich, dass du noch was interessiert bist, oder so? Willst du mich kurz heilen? Oh, Mann! Die ist schon wieder aus dem Schissfernseher gekommen. Hilfe! Scheiße ist, man sieht halt die Fernseher hier, echt, ne? Muttiiii! Shanks, kannst du ihn holen? Ich bin auf dem Weg zu ihm! Mh, klar! Ich kann gleich die Schickleche von dem Jona mailen! Alter, hat sie die... Noah! Scheiße, ich lass es hier! Ich bin wieder an dem Jona in der großen Halle. Ja. Ach, nö, warum soll ich nicht in der Küche gehen? Alter, lass uns in Ruhe! Ah, Mist! Geht hier aber auch nicht los, ey! Gott, die ist heute aber hartnäckig, ne? Die Alte! Oh, ich bin selber schuld, ey! Ist doch nicht mehr verletzt, ey! Wenn du sonst nicht kapieren tust... Dankeschön fürs Heilen! Los, geh! Oh, hängig, ey! Moine Güte, ey! Boah! Ich helf dir mal! Sehr schön! Nachdem ich die ganze Zeit gejagt wurde! Sie ist nicht, dass du da mit Schicksacken hast! Sie kommt! 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 Ja, ich komm auch gleich! Nein! Okay, sie ist hinter mir her! Wer blutet denn da? Ich! Die lässt überhaupt nicht mehr los, ey! Ja, die könnte jetzt richtig aggro werden, weil wir schon... wenn wir nur noch einen Gin brauchen! Ja, es geht nicht nur um den Gin insgesamt, ey! Weil die... was die... bis die hier einmal locker gelassen hat... Ich hab schon ein paar Paletten von mir an den Kopf gekriegt gehabt, ey! Na, scheiße! Fuck! Oh! Das hat sie gut gemacht! Das hat sie gut gemacht! Ja! Merci! Perfekt! 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 Boah, das Heilen braucht grad eeeewig, ey! Ja, vor allem wenn man so leicht unter Druck steht, ne? Ich muss halt nebenbei den Fernseher, der direkt neben mir steht, im Auge behalten, ey! Damit die... ich mitkriege, wenn die Alte da rauskommt! Scheiße! Aber ich hab den Gin schon zur Hälfte fertig... Ich hatte mich grad geheilt, du dumme Sau, ey! Fuck! Ich muss mal so ne scheiß Kassette finden, ey! Ihr könnt langsam zum Ausgang... Oh, Maxi! Scheiße! Lauf zum Ausgang! Fertig! Sie ist grade hinter mir aus dem Fernseher gekommen! Ja, ich bin an dem hinteren Ausgang, also nicht der Hauptausgang! Mhm! Wo ist der? Schenkst, hast du den Weg? Ja! Da wo Maxi hing! Okay! Der Haupttor ist aber auch offen! Ah, sie kommt! Errungenschaft freigeschaltet! Errungenschaft freigeschaltet! Rekrut von Raccoon City! Jo, Maxi! Soll ich jetzt eine ganze Flasche echsen, oder was? Ja! Eine Flasche Wein, bitte! Ich hab kein Bein! Ah, schlecht! Ach! 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 Aber war eine coole Runde! Mhm! Tetra Pak Wein! Ja, auf jeden Fall! Hab ich nicht hier! Ich darf... Von Tipp oder von Ja, oder so? Hab ich leider nicht da, tut mir leid! Muss ich hier alle retten! Ja, Maxi, du bist auf jeden Fall hier der Held! Ja, du bist unser Held, definitiv! Also, ähm... Ja? Vollauf, Opfernd! Du, du musst dir eigentlich so ein Superheldenkostüm anziehen! Ja! Gleich wieder da! Okay! Gut, dann kann ich so lange noch ein paar Sachen tun! Wir haben... schon so spät! Krass, wie die Zeit einfach verfliegt! Spooky! Ja, das ist halt ehemalig! Das ist halt ehemalig! Das ist halt ehemalig! Das ist halt ehemalig! Wenn er den Kutscher schon was sagt, geht die Zeit im Flughafen! Hm, definitiv! Wir haben jetzt mal ein paar Sachen Conceptetzen im Flughafen! Das ist halt ehemalig! Das ist ja, das ist halt ehemalig! Ja! Ich halte dir einen Aufmerksam, der wird noch nicht geschlagen! ich glaube das kommt es schon wieder vier stunden dabei ja das ist heftig das ist aber auch irgendwie geil und traurig ja wenn er arbeiten zu sagen die zeit auch wo auch schnell teilweise Nee. Ich weiß, ich bin gestört. Pflücks, ich höre mich bei dir doppelt. Echt? Ja. Okay, warte mal kurz. Red nochmal. La 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 la. Ja, ich höre mich immer noch. Immer noch? Ja. Okay, warte, dann muss ich kurz... Hauptsache, ich laufe einfach im Kreis. Ich verstecke mich einmal kurz. Ja, ich hatte auch gerade überdeutlich Herzschlag. Finde ich nicht in Ordnung, sowas. Oh mein Gott, das ist Maxi. Ich dachte gerade, Maxi wäre der Killer. Boah. Da habe ich mir fast ein Höschen gemacht. Äh, ich weiß, wer es ist. Ah, er ist es. Immer noch? La 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 la. Ja, so ein bisschen. Ha 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 ha. Alter, gehen schützen zu sein. Er lebt sich einfach besser ziehen und besser treffen ihn. Ja, schön. Ja, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass mich los. Oh mein Gott, sei Gott. Wirklich nicht. Wenn er mich nicht schützt, lässt sich auch treffen ihn. Was wirklich nicht. Maxi, dein Retter in der Not ist schon wieder unterwegs zu dir. Äh, vergesst es, er kommt zu mir. Hallo, Maxi. Ja, Moment, ich bin jetzt gleich fertig. Dann darfst du fummeln. Ja, Maxi tut genauso gerne fummeln wie wir. Ich weiß gar nicht, ist Maxi eigentlich ein Kerl oder ein Mädchen? Fuck! Oh, das war ganz knapp. Das war ganz knapp. Ich glaube, Maxi ist ein Junge. Meinst du? Ja. Oh, er... Oh, okay, er lässt mich in Ruhe. Ja, Alterchen, du kannst doch nicht allen jetzt, dass ich dich zulasse. Vielleicht ist Maxi ja auch ein Häschen. So ein richtig süßes Flauschi-Häschen. So ein richtig süßes Flauschi-Häschen. So ein richtig süßes Flauschi-Häschen. Vielleicht probiert er sich ja mit dem Killer auch einfach nur aus. Das kann natürlich auch sein. Das wäre ganz schön. Ich bin auf jeden Fall am Ausgang. Okay. Ja, der Jen ist fast fertig. Ey, Maxi, ich bitte nicht bleiben an den Generativen. Ich bitte weggehen. Fertig. Ah, ich bin genau hinter dir. Hm, Baby. Huh! Er schlagt. Äh, er kommt. Ja. Ja, damit habe ich gerechnet. Deswegen bin ich auch nicht, dass wir konflikt mit dem Generator gegangen. Ich bin dann mal im Schrank. Falk. Er ist oben auf dem Hügel. Er kommt vom Hügel wieder runter. Ja, das ist voll erfass. Ja, ja, was denn? Ich... Eine Frau muss tun, was seine Frau tun muss. Er ist weg. Ach, sich Falk im Schrank verstecken musst du Frau tun, oder was? Falk im Schrank, ja klar. Ja. Er sucht mich. Er hat mich verloren. Ich gehe zurück in den Schrank. Oh nein, er kommt auf mich zu. Ich glaube, er hat mich gesehen. Scheiße. Und er hängt mich natürlich direkt am Haken neben dem Schrank, neben dem Totem auf. Er ist auf dem Hügel. Er hält Ausschau. Wer auch immer da hinten am Laufen ist, er kommt. Ah, Maxi kommt zu meiner Rettung, so wie es aussieht. Nein, Maxi setzt sich an den Jen. Nein, Maxi kommt zu mir. Danke schön. Okay, er lässt von mir ab. Er kommt zu euch zurück, garantiert. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, doch er sieht mich. Ah, nein, lass mich in Ruhe. Bitte, 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 bitte. Der lacht auch noch so dreikisch, ne? Wie Flipsi. Nein, Maxi, geh weg. Oh, Maxi. Lass mich los, du... Sau. Was machst du da hinten für Spiegel, ey? Mach die Gangball oder was hat die da vor? So ähnlich. Fesselspiele. Wieso rette ich dich überhaupt? Du bist ganz schön gemein. Das ist ja legitim. Ja, das war doch. Okay, lauf. Lauf, 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 lauf. Yes, 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 yes. Oh, Gott sei Dank ist sein Auto dazwischen. Nein, das hat nicht gereicht. Fuck. Kann jemand Maxi holen? Ja, ich geh gleich hin. Ja, er bleibt, er bleibt bei ihm in der Nähe. Nein, nee, er läuft mir hinterher. Tatsächlich. Ja, muss ich nicht so besitzen. Jetzt läuft er mir nicht mehr hinterher. Dann stirbst du direkt. Ja, wenn er mich jetzt nochmal kriegt, dann sterbe ich. Dankeschön. So, dann wollen wir mal. Ich suche mal irgendeinen Shen, der ganz weit weg ist. Ah, der ist immer noch bei dir irgendwo, Maxi, glaube ich, ne? Ja, Shenk's ist auf dem Weg zu ihm. Ja, ich hab ihn gesehen gehabt. Ja, er ist jetzt auf dem Hügel oben. Ja, Shenk's ist unser Weg. Jetzt hat er mich gefunden, hat mich gefunden, hat mich gefunden. Ja, gekund... Und dann dir... Hüppst du hier drin? Ja, damit... Nicht so auf dem Weg zu stehen. Fuck. Boah, ich bin auch dumm, alter. Maxi ist Stage 2, schreibt er. Ja, er ist in die zweite Phase gekommen. Er ist hinter mir her. Ja. Er ist hinter mir her. Das heißt, ihr beide seid in One-Hit. Fuck. In dem Moment, wo ich die Palette umschmeißen wollte. Ja, das passiert mir auch ständig. Er ist immer noch bei mir. Mhm. Der wartet wahrscheinlich, bis du in Stage 2 kommst, äh, um dich dann... Dann lässt er von dir ab. Er läuft gerade weg. Ja, ja, komm zu uns. Ja, ja, komm zu uns. Ja, 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 ja Oh, Alperchen. Willst du jetzt wirklich einige Reihen spielen mit mir? Ich versuch's hier in Shen zu reparieren. Jo. So, Alperchen. Verhältlich genug. Und? Ach, Alperchen. Ich hol dich jetzt gleich. Ich komm in den Paunofiller. Oder Maxi läuft los, um dich zu holen. Ja, mein Shen ist jetzt über der Hälfte. Wo sitzt du denn? Äh, da wo ich gehangen bin. An der einen Hütte. Ja, ich such dich gerade. Oh. Äh, Maxi, glaub ich hab' ich gejagt. Ja, versuch Shanks zu holen, Sacka. Ja, ich gucke. Ah, warte, nee, nee, da ist der Killer. Ich glaub' der hat Maxi verloren, weil ich seh' den nämlich da stehen. Der steht genau im Weg der blöde Sack. Ja, jetzt läuft er rechts rum. Er kommt zu mir in meine Richtung. Ja. Oh, kommt hier raus, 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 raus. Ich lauf' zum Ausgang, der da bei Maxi und Shanks ist. Ja. Um den aufzumachen. Ach, scheiße. Tja, Maxi, zeig' er soll den Ausgang aufmachen, das kriegen wir hin. Ach. Der Ausgang ist fast offen. Jawoll, jawoll. Go, 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 go. Hinter dir, Shanks, hinter dir. Der Ausgang. Ah, fuck. Nein! Scheiße! Ich wollte warten. Oh, Mann, ein verfickter, ein verfickter Pixel. Oh, Mö. Kacke, die Palette ist nicht da. Scheiße. Er sagt, lauft. Jo. Ich würd rausgehen, wenn er euch trifft, dann holt er euch da ganz schnell wieder raus. Ja, mich kann er ja einmal treffen. Braucht ja nix. Ja, ne, ich mein' mit der Kette. Der zieht euch dann raus. Das ist mir schon passiert. Ja, aber dann krieg' ich ja nen ersten Hit. Ich bin ja noch nicht verletzt. Ich werd' ja dann verletzt. Ich werd' ja dann verletzt und irgendwann nicht rausrennen. Oh, Maxi. Oh, Maxi. So, ich muss uns da nicht drauf angucken, wenn ich bin. Ja. Trotzdem hab' ich dich jetzt nochmal gehalten. Ich war's, der hat nix gehabt. Keine Pörse, mein' Ja. Immerhin schlängst am Leben. Ja. Wie das Leben manchmal so spielt. Ja, manchmal muss das so sein. Ja. Ja, ich war's. Ja, ich hatte mein Bettенное. Ich muss das so sein. Ich hab' mit ihm gelangen. Eine junge Halfban. Ja, ich hatte michこれ. Ich wusste, das ist ein schwank.